Wenn du auf Korgi stehst, dann scroll nicht weiter, denn dieses Video ist für dich. Denn das hier in Bangkok, Thailand ist genau nach was es aussieht. Ein Korgi-Café. Bevor man reingeht, muss man sich die Hände waschen, die Füße bedecken und eine kleine Anleitung lesen. Und dann darf man zu ihnen. Und das sind wirklich viele, die überall rumlaufen. Man bekommt einen Tisch, wo man Getränke abstellen kann. Und dann kann man sich frei mit den Korgis bewegen. Für ca. 2,60 Euro kann man auch etwas zu essen kaufen und sich füttern. Und da werden manche direkt aufmerksam. Und eigentlich bin ich nicht so der Hunde-Fan. Aber hier geht mein Herz schon ein bisschen auf. Wie cool ist das denn?